Das internationale Kulturmusikfest geht in die zweite Runde. Ihr GERA Bürgerfernsehen präsentiert Überbrücken. Trio en passant, Carla Nelson, Kat Henschelmann, Robert Rustad Amundsen, The Core. Seien Sie dabei und erleben Sie Kultur und Toleranz hautnah. Am 7. Juli 2013 ab 16 Uhr auf der Unserhäuser Brücke. Der Eintritt ist frei. Überbrücken. Wir brauchen jeden. Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Musik Wegen der Geschichte mit Karat, die war letzten September, fingen dafür die Proben an und es war eine recht spontane Zusammenarbeit, in dem sie für einen Live-Konzert-Mitschnitt eine Sängerin brauchten, was sie mit dem Kieler Philharmonie gemacht haben, unter der Leitung von Georg Fritsch. Er hat mich vorgeschlagen und da bin ich zu einem Vorsingen gegangen in Erfurt und wir haben Kaffee getrunken und uns einfach unterhalten und gesehen, ob das so passt. Ich musste auch, glaube ich, gar nicht mal wirklich singen an dem Tag. Ich glaube, wir haben mal kurz was angesungen und dann haben die gemeint, ja, dann sehen wir uns in Berlin wieder. Und ja, und dann daraus aus einem Konzert wurden dann halt so vorher noch drei weitere geplant, einfach um zu sehen, wie das so ankommt beim Publikum. Und aus einem Song, den ich mitsingen sollte, Abendstimmung, wurden dann plötzlich dann drei und weil es einfach so gut gepasst hat so. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. Und dann am 7. Oktober war dann in Kiel so der große Auftritt mit der Kieler Philharmonie und das war einfach unglaublich. Und dann wollte ich einfach danach gar nicht mehr aus Berlin weg. Da habe ich mir gedacht, dann suchst du dir hier irgendwas, was du gerne machst und bleibst dann noch das Jahr hier. Und dann habe ich halt eine Studienvorbereitung gemacht für zeitgenössische Musik in Friedrichshain-Kreuzberg und das ist jetzt auch zu Ende. Und das war aber super, weil man kann dafür relativ wenig Schulkosten, halt kriegt man Theorieunterricht, Gesang, Klavierunterricht, Gehörbildung. Das ist einfach alles dabei, so ein ganz großes Paket an Wissen, was man da so mitkriegt. Und dadurch lernt man auch einfach so viele Musiker kennen, die genau auf dasselbe Ziel zustirben wie man selbst. Für die Studienvorbereitung muss man halt auch eine Aufnahmenprüfung machen und die hatte ich eigentlich verpasst, weil das nämlich genau zu demselben Zeitpunkt war, wo ich die Auftritte mit Karat hatte. Aber ich bin dann halt trotzdem da hingegangen und habe mich halt vorgestellt und gefragt, ob das möglich wäre, vielleicht so nachträglich was zu machen. Und dann hat er so gemeint, ja gut, sing mal was vor und so. Und da habe ich halt dann ein Poplied vorgesungen und er hat mich begleitet und dann nach dem ersten Refrain aufgehört und hat gemeint, ah ja, okay, also ich glaube, wir nehmen dich, erzähl mal was. Und dann habe ich von so Karat erzählt und dann kam raus, dass Karat auf dieselbe Schule gegangen ist, also dieselbe Studienvorbereitung im Prinzip. Und dadurch war die Sache dann erledigt. Dann hat er gemeint, ja, also allein wegen der Geschichte müssen wir dich nehmen. Und das war dann auch total schön. Und meistens macht man das so zwei Jahre. Aber ich habe jetzt meinen Studienplatz festbekommen in Boston, sehr weit weg. Aber das ist eine tolle Schule und dafür, also das kann man einfach nicht abschlagen. So ein, naja, kann man nicht Nein sagen. Das ist so wirklich die Universität, wo alle hinwollen, die halt Third Stream Music machen wollen. Also ich weiß nicht ganz genau, wie man das auf Deutsch nennt. Wahrscheinlich einfach zeitgenössische Musik. Und da kann man einfach sich jedes Semester irgendwie in eine andere Richtung ausprobieren. Und man lernt halt wirklich bei Leuten, die Songs schreiben für Elton John, für Sting. Das sind einfach wirklich die ganzen Größen, waren schon mal in Berkeley. Und da dachte ich mir, naja, kann ja nicht falsch sein, sich da einfach mal zu bewerben. Und das ging dann so schnell. Ich bin Februar dahin geflogen. Nach London war die Aufnahmeprüfung. Und dann plötzlich, einen Monat später, kriege ich meine Zusage. Und das ist halt einfach super, weil sie wissen, dass man nicht nur sein Instrument beherrschen muss, sondern man muss halt einfach in diesem Business klarkommen. Und dann kriegt man halt Musikproduktion, wie man aufnimmt, wie man Musicbusiness macht. Und Singer-Songwriting natürlich auch. Was halt auch für Sänger, also das ist halt auch das, wofür ich mich halt speziell beworben habe, ist, dass ich halt selber meine Songs so gut irgendwie schreiben kann, arrangen kann, dass es einfach für einen Vertrag mit irgendeinem Label reicht. Und das ist halt das, worauf ich so zustrebe. Das wäre so der Idealfall. Man muss natürlich auch Fächer wie English Literature und Mathematik weitermachen. Das ist denen halt wichtig in Amerika. Man kriegt dann immer noch normale Schulfächer dazu. Und das ist halt dann wichtig, dass man die Sprache wenigstens beherrscht. Also Musik ist natürlich eine internationale Sprache. Also die Schule an sich hat so viele Menschen aus anderen Orten. Das ist unglaublich. Aber die werden alle dort schon sich auf Englisch verständigen wollen. Und das ist auch eigentlich, glaube ich, grundsätzlich im Musicbusiness halt dann trotzdem die Sprache, die man lernen muss. Und also ich finde auch, also ich könnte, glaube ich, schwer einen deutschen Song schreiben. Also ich wüsste nicht genau, wie ich es machen würde. Also mir fällt es einfach auf Englisch, Texte zu schreiben. Aber ich habe mich noch nie ausprobiert, so in der deutschen Sprache. Ich glaube, das ist auch eine schwierigere Sache, so kann ich mir vorstellen. Also ich bewundere das eigentlich, wenn ich gute deutsche Texte höre. Was ich finde, was für mein Alter dann auch immer am realistischsten ist, ist, wenn man einfach über das Erwachsenwerden schreibt. Also das fand ich für mich persönlich am hilfreichsten, wenn ich so einfach gewisse Dinge, die ich noch nicht so richtig wusste, wo ich bin jetzt, wer ich bin, dass ich das einfach vielleicht in Texten zusammenfasse. Und das hat halt irgendwie sehr gut geholfen. Und damit, klar, wenn ich älter bin und weiß, wo bin ich, wer bin ich, so diese Fragen einfach, dann habe ich dann vielleicht andere Sachen, worüber ich schreibe. Aber es sind auch immer mal Liebeslieder dabei, natürlich. Aber ich glaube, das entwickelt sich dann auch immer, je nachdem, in was für einem Punkt im Leben gerade steht, wird man immer irgendwelche neuen Sachen haben, neue Geschichten zum Erzählen. Und Singer-Songwriting eigentlich ist ja Geschichtenerzähler. Also ich habe einfach meine Kindheit, Unbeschwertheit mit Amerika verbunden und dann halt das wirkliche Leben halt in Deutschland. Und eigentlich aber, wenn ich in Amerika meine Schulzeit verbracht hätte, wäre das genau so gewesen. Also dann hätte ich auch gelernt, dass, ja, auch in Amerika kann man halt Stress haben und so. Aber ich bin halt zweisprachig aufgewachsen. Also in der Schule habe ich dann gleich ab der ersten Klasse Deutschunterricht bekommen. Im Kindergarten auch. Zu Hause immer nur Englisch. Ich glaube, selbst wenn meine Freunde da sind, kann ich mich nicht auf Deutsch mit meinen Eltern unterhalten. Es ist so ungewohnt einfach. Dadurch, dass ich halt wirklich, also wirklich bilingual gleichzeitig die Sprachen gelernt habe, fällt es mir schwer zu sagen, so das ist jetzt die deutsche Kala, das ist die amerikanische Kala, das ist so ein bisschen ineinander so verdreht. Und das ist, glaube ich, der beste Ansatz, also wenn man das nicht so trennt, glaube ich. Also natürlich verbinde ich Englisch mit zu Hause, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Und Deutsch ist für mich dann so mein, oder wie ich in der Schule geredet habe, mit meinen Freunden. Aber das sind ja beides so Sachen, die mir sehr am Herzen liegen, wo ich innerlich aufgehe, wenn ich daran denke, und wo man auch einfach gute Sachen erlebt hat. Musik Musik I could take away your pain I could cry the tears that rain I'm the object of your affection It's the closest you could get to perfection I could never turn back time I will never even try to press rewind I will never unspeak the words I spoke I could never unbreak the hearts I broke Aber solange man sich, glaube ich, nicht zu fest fährt und sagt, jetzt bin ich so und so bin ich so und sich nicht so spaltet, weil im Prinzip sind ja alle möglichen Facetten einer Persönlichkeit, machen ja die Identität dann aus. Und wenn man halt in einem gewissen Ort mit gewissen Leuten auf eine Art ist, dann ist das ja trotzdem Teil von seiner Identität und dann darf man das, glaube ich, nicht so spalten, weil ich glaube, das macht einen dann auch verrückt so ein bisschen, wenn man sich so mit zu vielen verschiedenen Charaktereigenschaften sieht oder Persönlichkeiten. Man muss sich einfach immer sagen, das ist auch ein Teil von mir und der kommt an der und der Stelle zum Vorschein, aber ist jetzt nicht eine ganz andere Person, ist trotzdem Teil des Ganzen. Leute sagen sehr oft zu mir, ach ja, du wirkst so amerikanisch, wenn sie dann wissen, dass ich von dort komme und das liegt wahrscheinlich einfach an, dass ich auf Menschen zugehe und dann andere Leute in Amerika würden dann vielleicht behaupten, also ja, ja, du bist so ein bisschen so in dich gekehrt, aber dann bedeutet es einfach nur, dass ich halt nicht zu sehr auf die Menschen zugehe oder so und das ist halt interessant zu sehen, was für wen normal ist einfach, also was man kennt einfach. Und das ist, ich finde zum Beispiel eigentlich in Amerika, finde ich die Menschen gar nicht so oberflächlich, wie es immer gesagt wird, ich finde, die sind einfach sogar noch schwerer zu knacken als die Leute hier, weil man kommt sehr gut mit ihnen auf einer oberflächlichen Art und Weise klar, aber ehe man wirklich die Person kennenlernt, die öffnen sich eigentlich viel langsamer als Deutsche, finde ich. Also es dauert viel länger, um mal wirklich dann auf ein wirklich tieferes Gesprächsthema zu kommen als hier mit Leuten und das ist einfach, eigentlich könnte man das einfach so drehen und sagen, Deutsche sind eigentlich diejenigen, die sich schneller öffnen als die Amerikaner, was so wirklich tiefere Sachen angeht. Ich muss mich natürlich auch noch weiterentwickeln, also ich bin jetzt 19 geworden, das ist noch kein ausgereifter Musiker im Prinzip, also da kommt noch so viel mehr. Bis jetzt habe ich sehr viel mit Intuition gearbeitet, aber jetzt wirklich so Intuition und Wissen einfach zusammenzubringen, das ist halt so das, was ich machen will. Einfach so dieses Gesamtwissenspaket noch mit dem, was ich machen will, so zu verbinden und danach wäre es natürlich mein Traum, wieder zurückzukommen nach Berlin und dann dort weiterzumachen mit dem, was ich gelernt habe, mit den Menschen dort. Also das wäre schon mein Idealweg, aber es tut natürlich weh zu gehen, besonders, also ich bin jetzt von Gera nach Jena gezogen, Jena nach Berlin, innerhalb von drei Jahren und jetzt dachte ich, ich bleibe mal ein bisschen da und jetzt plötzlich gleich Kontinente wechsel, aber ich bin auch, also ich bin gespannt. Also überall gibt es Menschen, die Musik machen und überall gibt es einfach wunderbare Menschen. Ich spiele gerne in Gera. Und in Gera ist es auch die einzige Stadt, wo manchmal Leute mich sogar ansprechen und fragen, sind sie Carla Nelson, was ich total süß finde, weil also, also man war das, da war ich irgendwann mal in Galeria Kaufhof und es kam eine ältere Frau auf mich zu und hat gefragt, ob ich die von Freaks bin, von dem Ballett von Silvana Schröder. Da war ich so, ja und dass man mich überhaupt erkennt, weil ich da vorne auf der Bühne irgendwo bin und das war irgendwie voll schön und ich spiele hier gerne, weil auch natürlich hier kenne ich alle im Prinzip. Also meine Eltern sind hier sehr alte Schulfreunde, kommen immer, wirklich immer, wenn ich in Gera spiele, sind die da. Meine ersten Musikerfreunde von The Core, mit denen ich seit ich zehn bin, Musik mache, spielen dann auch. Das ist total schön und das macht eigentlich schon fast immer am meisten Spaß, wenn man so wieder diese The Gang wieder zusammenkommt irgendwie. Weil, also ich sehe uns noch in der Werkstattkammer von Clemens Reichmann, dem Klavierspieler, wie wir da dann zusammen einfach da saßen und dann mal so versucht haben, so einen Song zu schreiben und daraus, ich meine, die machen jetzt auch ganz viele Konzerte in Leipzig, sind total oft unterwegs und es ist einfach schön, wenn dann alle wieder zurück nach Gera kommen und so und dann auf so eine schöne Veranstaltung auch, ist echt, dafür lohnt sich das auf alle Fälle. Das internationale Kulturmusikfest geht in die zweite Runde. Ihr Gera Bürgerfernsehen präsentiert Überbrücken. Trio en passant. Carla Nelson. Cat Henschelmann. Robert Rustat Amundsen. The Core. Seien Sie dabei und erleben Sie Kultur und Toleranz hautnah. Am 7. Juli 2013 ab 16 Uhr auf der Unserhäuser Brücke. Der Eintritt ist frei. Überbrücken. Wir brauchen jeden. Er fördert im Rahmen des Bundesprogramms Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Er fördert im Rahmen des Bundesprogramms Toleranz fördern, Kompetenz stärken, 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 Kompetenz stärken.